Der Tod von Jens Büchner ist für viele immer noch unbegreiflich. Mit nur 49 Jahren verstirbt der Goodbye-Deutschland-Star im November 2018 an Lungenkrebs. Seine Frau Daniela und die Zwillinge Jenna und Diego versuchen seither, sich von dem schweren Schicksalsschlag zu erholen. Doch die Gedanken an ihren verstorbenen Jens kommen immer wieder hoch. So teilt Daniela auf ihrem Instagram-Account jetzt ein süßes Pärchenbild der beiden und schreibt darüber, schlaflos und in Gedanken bei dir. Auf dem Bild sieht man sie und ihren verstorbenen Ehemann Jens. Er trägt nur seine Kreuzkette und küsst seine Dani mit geschlossenen Augen. In der schweren Zeit stehen ihr ihre Kinder bei und spenden ihr Trost. So postet sie zu dem Bild ihrer Kids ein großes rotes Herz und den Spruch, ein Team, ein Weg, einmalig. Der Kultauswanderer wäre sicher stolz auf seine Familie.